Herzlich Willkommen zum Disco Simulator. Heute geht die Party ab hier. Äh, fünftes, äh, viertes Spiel jetzt in der Steam. Spielevorschau als Demo-Test. Ja, wir spielen Marta, ne? Ach, Marta ist unser Manager. Okay. 5.000 Money, Full Equipment, Sell-Price. Und in Las Palmas. Ja, wir spielen in Standard-Mode. Meet the Win Condition. Schauen wir mal rein. Start mal einfach mal rein in das Gefecht. Kann das jetzt los? Kann ich noch irgendwo drauf drücken? Kann ich. Ach, enter the name of the club. Äh, äh, Philips. Philips, äh, Disco Buddha. Und los geht's. Game Objective. Organize Konzert. Also das ist quasi unser Ziel jetzt, ein Konzert zu organisieren. So, Tutorial. GSD, Kamera. Ja, das kriegen wir alles hin. Day Cycle. Tag, Nacht. Stats, Quoi, Employees, Clients. Wir wollen probieren. Ich fange ja mit nichts an. Okay, Buy a Rest-Furniture. Okay, wir gucken jetzt einfach mal durch. Wir brauchen ne Bar. Wir brauchen erstmal ne Bar. Wo ist denn hier vorne und hinten bei der Bar? Ich bin mir wirklich unsicher, wo vorne und hinten ist. Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, die Musik ist mir ein bisschen zu viel. So. Stations? Bartender Station? Ah ja, ich hatte schon recht gehabt. Also die gerade Seite ist, ist quasi hinten. Bodyguard. Base DJ Stage. Und wir brauchen ne DJ Stage auf jeden Fall. Da kommen wir nicht rum. Buy a Rest-Furniture, ne? Dann kommen wir jetzt erstmal. Rest-Furniture. Rest-Furniture. Rest-Furniture meine ich da mit Stühle. Ich spiele Disco-Simulator, ich spiele überhaupt keine Disco-Kamera, ne? Ich kann mir mein Leben nicht mehr daran erinnern, dass ich richtig noch Disco war. Sind das so Stühle? Ich weiß es noch nicht. Build a Toilet. Okay, das ist richtig schön. Was ist das? Was ist das für ne Toilette? Ganz normale? Was ist das? Was ist das für ne Toilette? so das ist eine schlange so cool bild dance floor so sollte reichen das dance floor bouncer was ist denn ein bouncer bouncer sieht aus wie der bodyguard alles kino kino ok station braucht kino sind das small tables brauchen ein paar tische auf jeden fall damit die leute sich da mal hinstellen können hinten in der ecke ach bei cleaners station haben wir noch was was könnte ohne mauer bauen so das sieht so komisch aus wir brauchen eine cleaner station noch was ist denn hier cleaner cleaner station die ich eigentlich gar nicht drinnen haben bodyguard station auch noch also wenn ich dir das zeug in dem raum so aber alles tun wir noch ein zweites bounce rein jetzt kann ich mir das gestorben mal gucken wie unser erster tag in der disco wird war die ersten gäste kommen was habe ich hier mit dem dj ich habe mit dem dj vergessen scheiße dj weil die tanzen trotzdem ich habe kein dj aber fahrt die gedrückt zum ab ich habe kein dj aber fahrt die gedrückt zum ab dj 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 die pf leute es macht einfach geht sind ist das continue herr hat eine label party ich kann sich mal vorspulen und deshalb das bill kacke ich muss mir das jetzt ja angucken ich weiß nicht wie lange die party geht ja komm wo die gott zwei sachen haben mich gerade erst diese permanent durchgehende musik und dass ich nichts vorspielen kann so als spiel hört mich gott nicht ab muss ich jetzt da stelle sorgen aber dafür ist ja mit die muster um sowas auch mal zu testen und was ich auch weiß einer ist zu wenig ich möchte es einfach gerne vorspielen es ist 12345 lehrtaste ich kann nix machen außer zukunft gerade ich kann hier irgendwie naja ein halbier sind wir schon klar ein halbier ein halbier irgendwie irgendwie auch hier durch mein beispiel schon wo ich glaube hier alle schon der ist happy antwort schon nicht warum hier sie alle schon die heißen alle schon schon in an die welt besteht nur ist schon und anders happy anna hat schon an hebt schon mit der politik und schon ach ja wenn wir doch alle so wie john und anna wären und der hat schon der muss doch hab ich sein hast du wieder tanzt energy toilet dance das sind dance ok er ist ein happy hat nichts zu trinken dort schon hat nichts zu trinken aber der hat schon hat auch was zu trinken schon 18 schon 36 die bilder was das sind das liebige client ja hau die raus lassen wer schläft denn schon hat der 35 anna anna schläft minus 6000 habe ich jetzt verlust auch gemacht gott er ist noch so eine nacht wie ich nicht machen irgendwie event requires 50 repulationen lassen mich raten dass hier oben ist die repulation die bei mir auf minus 80 scheiße ich habe es komplett verkackt ich habe es komplett verkackt einfach nur ach die scheiße 200 club dekoration ok das ist ja machbar auf 50 ach die scheiße base dj station ach die kacke ach die kacke ich weiß gar nicht was ich immer ich hab keine ahnung wir lassen das lieber man muss noch mal ein spiel abschließen nach zehn minuten sagen ich glaube das ist nichts für mich das ist nichts für mich überlassen dass die ganze schon anders aber ich glaube ich bin der stelle raus hier am 2 1 2002 john und anna ja ich halte ihr euch mal das spiel an meint ist es nicht aber dafür sind die demos da also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal philips gaming